Mein Name ist Martin Buhl, ich bin Inhaber der Käserei Montezego und komme aus Theeningen. Wir versorgen sie mit regionalem Bio-Ziegenkäse aus Baden-Württemberg. Bio ist bei mir in der DNA. Ich bin vor fast über 50 Jahren mit Bio-Lebensmitteln erzogen und aufgewachsen und kenne daher Demeter seit meiner frühesten Kindheit. Daher war es für mich nie eine Frage, ob ich Bio machen soll oder nicht. Ich bin total überzeugt von der Qualität von Bio-Produkten. Montezego ist ein regionales Projekt im Schwarzwald. Wir haben heute knapp 20 Lieferanten. Wir verarbeiten regionale Bio-Ziegenmilch in Demeter-Qualität aus dem Schwarzwald. Mein Ziel war immer, allerhöchste Qualität zu produzieren. Ich bin absolut davon überzeugt, dass man dies nur mit Bio- und Rohwarnqualitäten erreichen kann. Wir haben sehr hohe Verantwortung für die Qualität, die wir produzieren und freuen uns wirklich sehr, dass wir Verbraucher unseren Bio-Ziegenkäse anbieten können. Ich denke, es ist eine Gegenbewegung zu der Globalisierung. Man will immer mehr verankert werden in der Heimat und zu wissen, wo das Produkt herkommt. Ansehen zu können, wie Milch oder Ziegenmilch produziert wird, dass man daraus ein regionaler Käse machen kann. Das wollen einfach immer mehr Verbraucher und ich glaube, das ist ein großer Bestandteil von regionalen Produkten und deshalb haben wir auch so groß Erfolg damit. Ich bin überzeugter Lebensmittelproduzent. Ich liebe meinen Beruf. Ich mache das täglich jeden Tag gerne, auch wenn es mal schwierig ist, aber guter Demeter-Ziegenkäse herzustellen, das macht mich stolz. Wer uns nicht die gerne, auch wenn das Geld vorbereitet in denvoyten. Das ist wirklich sehr gut. Ganz wichtig. sich. inositionen zwischen こんな , wie wenn so manger ist, ents Tut